Ein stressfreier Zahnarztbesuch kann FA1 Viertel eher viele Menschen eine Herausforderung darstellen, insbesondere FA1 Viertel eher diejenigen, die unter Zahnarztangst leiden. Diese Angst kann verschiedene Ursachen haben, sei es aufgrund von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, schlechten Erinnerungen oder einfach aus Furcht vor Schmerzen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es Magglichkeiten gibt, mit der Zahnarztangst umzugehen und einen entspannten Besuch beim Zahnarzt zu erleben. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen kann Ihnen, Ihre Zahnarztangst zu A1 Viertel bewinden und einen stressfreien Zahnarztbesuch zu haben. 1. Wallen Sie den richtigen Zahnarzt aus. Es ist wichtig, einen Zahnarzt zu finden, dem Sie vertrauen und mit dem Sie sich wohl FA1 Vierteln. Informieren Sie sich im Vorfeld A1 Viertel BER die Praxis und den Zahnarzt, lesen Sie Bewertungen und sprechen Sie mit Freunden und Familie, um Empfehlungen zu erhalten. 2. Sprechen Sie offen A1 Viertel BER Ihre A N G S T. Kommunikation ist der Schla 1 Viertel SSL. Teilen Sie Ihrem Zahnarzt Ihre A N G S T und Bedenken mit, damit er darauf eingehen kann und Ihnen bei der Linderung Ihrer Angst behilflich sein kann. Ein einfach 1 Viertel Sama Zahnarzt wird Werster in der Nies zeigen und Ihnen helfen, sich entspannt zu FA1 Vierteln. 3. Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin, wenn Sie besonders gruehre Angst vor dem Zahnarztbesuch haben, vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin, um die Praxis und das Team kennenzulernen. Auf diese Weise kann Ihnen Sie sich mit der Umgebung vertraut machen und Ihre Angst vor dem eigentlichen Termin verringern. 4. Athema 1 Viertel Bungen und Entspannungstechniken Athema 1 Viertel Bungen und Entspannungstechniken kann Ihnen helfen, während des Zahnarztbesuchs ruhig zu bleiben. Versuchen Sie, tief durchzuatmen und sich auf positive Gedanken zu konzentrieren, um Ihre Angst zu reduzieren. 5. Vereinbaren Sie kurze Termine und Pausen Wenn Ihre Zahnarztangst besonders stark ist, vereinbaren Sie kurze Termine und Pausen, um sich zwischendurch zu erholen. Auf diese Weise kann Ihnen Sie den Zahnarztbesuch in kleinen Schritten angehen und sich einmalig an die Situation gewahrnehnen. 6. Schaffen Sie Ablenkung, bringen Sie Kopfhaare mit und harren Sie Ihre Lieblingsmusik oder ein Haarbuch während des Zahnarztbesuchs. Ablenkung kann Ihnen helfen, sich zu entspannen und Ihre Gedanken von der Angst abzulenken. 7. Nutzen Sie die Magglichkeit zur Beruhigung, falls Ihre Zahnarztpraxis die Magglichkeit zur Beruhigung anbietet, zum Beispiel durch Sedierung oder Lachgas, kann Ihnen dies in Erwagung ziehen, um Ihren Zahnarztbesuch stressfreier zu gestalten. 8. Belohnen Sie sich nach dem Zahnarztbesuch, planen Sie im Anschluss an Ihren Zahnarztbesuch eine Belohnung FA in Viertler sich selbst, sei es ein leckeres Essen, ein Wellness-Tag oder einfach nur etwas Zeit FA in Viertler sich. Auf diese Weise kann Ihnen Sie sich auf etwas Positives freuen und den Zahnarztbesuch als erledigt betrachten. Es ist wichtig zu verstehen, dass Zahnarztangst weit verbreitet ist und viele Menschen betrifft. Aber es gibt Magglichkeiten, damit umzugehen und einen stressfreien Zahnarztbesuch zu erleben. Indem Sie die oben genannten Tipps befolgen und sich aktiv mit Ihrer Angst auseinandersetzen, kann Ihnen Sie Ihre Zahnarztangst a ein Viertel bewinden und Ihren Naschten-Zahnarztbesuch entspannter gestalten. Denken Sie daran, dass Ihr Zahnarzt Ihr Partner in der Mundgesundheit ist und Ihnen helfen Matschde, Ihre ZA nie gesund zu erhalten.